Hi, ich bin Yele Mailander und ich freue mich schon total auf den Next Plus Kongress im November bei euch. Das Mutigste, was ich je gemacht habe, ihr werdet live dabei sein. Und zwar werde ich mit diesem Einkaufswagen diesen Übel hinunterfahren. Ich habe keine Ahnung über die Steigung. Ich weiß nur, dass es bei Jackie ist, dass es immer ziemlich übel ausgeht und die Leute in irgendwelchen Gräben landen. Aber für euch mache ich das natürlich. Das mache ich natürlich nicht. Ich habe viel zu sehr Schiss, wenn ich ehrlich bin. Aber das Mutigste, was ich je gemacht habe in meinem Leben war, ich bin durch den Yukon gelaufen mit meinem großen Rucksack. Und im Yukon leben mehr Bären als Menschen. Und ich bin tatsächlich jede Nacht in meinem Zelt gelegen und habe mir fast in die Hosen gemacht, weil ich gedacht habe, ich werde von einem Bären gefressen. Es ist nicht passiert. Es gibt mich immer noch. Aber ich würde behaupten, das ist das Mutigste, was ich je gemacht habe. Und mehr hören wir hoffentlich beim Kongress. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Bis bald.